Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Christina, Happy Birthday to you. Hallo, liebe Christina, alles Gute zu deinem 56. Geburtstag. Ja, die Christina ist mein treuester Fan, ne Koko? Ja, der Koko, der ist lieb und die Christina hat mir schon vor sehr, sehr langer Zeit Fanpost zukommen lassen. Ja, die Fanpost habe ich bis heute nicht beantwortet. Sie ist ja mit mir täglich im Kontakt in meiner WhatsApp-Fangruppe und ja, ich habe den Brief immer mit mir herumgetragen. Der war schon in Neumünster, als ich da umgezogen bin. Jetzt ist er wieder hier zurück in Berlin und heute, Christina, an deinem Geburtstag werde ich diesen Brief hier für alle vorlesen. Nichts mehr denn mal aufmachen. Steht ja schon fast von alleine auf. So, da haben wir jetzt einen Brief. Hallo, liebe Rosa.